Hallo meine Freunde, lang nicht mehr gesehen, Leo hier für euch mit einem neuen Video, warum Unterhaltszahlen dem Mann die Würde nimmt. Deswegen sind auch Unterhaltszahlungen mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar, weil da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber diese Menschen, also diese Richter und Politiker, die haben leider diese normale Männlichkeit verloren, dass sie merken, wie kaputt das alles ist. Und wie kaputt das alles ist, will ich euch einfach an einem Beispiel zeigen. Stellt euch zwei Jungs vor, die befreundet sind. Da gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder die sind einfach so befreundet, weil die sich krass finden, oder es gibt auch die Möglichkeit, dass einer den anderen ausnutzt. Also, wisst ihr, wenn die Freundschaft im Vordergrund steht, dann gibt man sich zwischendurch etwas aus, so wenn der eine was hat, wenn der andere nicht hat. Es gibt aber diese Konstellation, und die sieht man oft in Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Sturm der Liebe. Einfach so in Serien sieht man das oft, dass Menschen sich gegenseitig ausnutzen. Dass einer also vorgibt dem anderen, eine Freundschaft vorspielt, in Wirklichkeit aber nur an diesen Ausgeben interessiert ist. Also, quasi ausnutzen und eine Freundschaft vorspielen. Und da steht also an erster Stelle, dass man von dem anderen einen finanziellen Nutzen bekommen kann. Und an zweiter Stelle steht diese Freundschaft, die ist also nur Mittel zum Zweck, für denjenigen, der ausnutzt. Und selbst diese Konstellation wird in unserer Gesellschaft richtig heimtückisch gesehen. So wie, du spielst deine Freundschaft vor, aber willst nur sein Geld, bist du behindert. So wie ekelhaft bist du. Und selbst in dieser Konstellation muss dieser Ausnutzende, er muss gut spielen, ja. Er kann nicht sagen, hier, ich nutze dich aus, fick dich, kauf mir das, sonst kauft der andere ihm nichts mehr. Er muss sagen, ja Bruder, ich bin dein Freund und er muss das gut genug spielen. So, jetzt stellt euch mal vor, der andere muss das aber gar nicht mehr spielen. Da kannst du dem anderen sagen, hier, ich fick auf dich, ich scheiße auf dich, aber gib mir trotzdem alles aus. Dann wird dem anderen die Würde genommen, weil der hat keine Freundschaft, der muss aber trotzdem dem anderen alles ausgeben. Und so ist das im Unterhalt, weil die Frau sagt, ich komm ohne dich, klar, aber zahlen hier, zahl. So, und das ist so eindeutig, dass es dem Mann die Würde nimmt. Ich will da gar nicht auf irgendwelche Argumente zurückgreifen, weil Argumente sind dafür da, um nicht Offensichtliches aufzuzeigen und zu beweisen. Aber was offensichtlich ist, da braucht man nicht mit Argumenten kommen, das liegt klar, ja. Wenn man anfängt, Offensichtliches, wenn ich dir jetzt mit Argumenten anfange zu erklären, warum da eine Tasse liegt, so, weil das Licht da nicht durchkommt, ich brauche nicht sagen, dass das Licht da nicht durchkommt, wenn ich sehe, dass da eine Tasse liegt, sehe ich, dass da eine Tasse liegt. Und wenn ich sehe, dass der Mensch sagt, er kommt ohne mich klar, soll er ohne mich klarkommen, so. Das ist doch voll absurd, dass man dann auch irgendwie Geld demjenigen zahlen muss, der einen quasi im Stich gelassen hat. So, ich bin nicht verheiratet, aber ich will heiraten, versteht ihr, aber dieses Gesetz, das hält mich davon ab. So, und das ist total sinnlos. Und ich meine, für jeden normalen Mann ist das offensichtlich, dass, wenn jemand zu dir sagt, hier, ich brauche dich nicht, hier, verpiss dich, ich will nicht mit dir befreundet sein, dass du ihm nichts mehr ausgeben musst. Und da musst du vom Gesetz ausgeben, sonst machst du dich strafbar. Und diese Leute, die das Gesetz durchsessen beschlossen haben, die haben keine Eier, weil das ist zu offensichtlich, so. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass, um nach oben quasi in dieses System reinzukommen, muss man seine Eier abschneiden, weil jeder, der normal ist, am Boden geblieben, der sagt, dass es völlige Schwachsinn, die dann plötzlich aufgestiegen sind, denen fällt das nicht mehr auf, weil die ihre Eier abgeschnitten haben. Die Eier sind der Kompass eines Mannes. Wer sie sich abschneidet, verliert seinen Kompass. Deswegen kommt so ein Bullshit bei rum. So, das war's. Keep it real, yo.